Nächstes Mal bei Temptation Island. Er sagt, es ist doch nicht schlimm. Ey, entspann nicht. Stell dir mal vor, du hast eine Freundin und deine Freundin geht nackig mit 6 Männern in einen Pool. Ich war schockiert. Oh mein Gott, die ficken oder was? Alter, die bumsen. Es ist zu gefährlich für die Leute, die das gucken. Was? Abbrechen, abbrechen. Dass es so weit kommt, hätte ich niemals gedacht. Ich will einfach nur raus. Temptation. Liebe Frauen, heute Abend steht das allererste Eins-Lagerfeuer an hier bei Temptation Island. Allerdings muss nur eine zu mir kommen und das ist Malisa. Meine Oma meinte immer zu mir, man kann Dinge noch reparieren und solange noch Liebe da ist und beide um die Liebe kämpfen, finde ich halt, dass es noch eine Chance gibt. Was ist das für ein Scheiß? Ihr wollt noch mehr Versuchungen? Dann geht es hier entlang zu unserer Temptation Island Playlist. Und wenn ihr die ganze Folge noch nicht gesehen habt, dann holt es sofort nach und klickt hier. Du hast dich, mein Stress. Vielen Dank.